So, heute hier Rollrun Tutorial. Das einzige was man braucht ist eigentlich eine vergleichsweise recht hohe Mauer, damit man schöne Herausforderungen hat. Man braucht natürlich auch ein bisschen Anlauf. Und am besten rennt man so schnell wie man kann, wenn man noch schön viel Schwung hat. Ich weiß nicht was nicht funktioniert hat. Ich glaube ich muss das nochmal überdenken. Alles cool. Das war jetzt der Fehler?